Herzlich willkommen bei Konzepte und Heilkunst. In diesem Video erfahren Sie alle wichtigen Basisinformationen zu den Schüßlersalzen. Bleiben Sie dran und machen Sie sich bereit. Es wird spannend. Die Schüßlersche Heilweise geht zurück auf den in Oldenburg lebenden, homöopathischen Arzt Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler. Er ist der Begründer der biochemischen Heilweise. Sein wichtigstes Werk ist ein kleines Buch mit 60 Seiten mit dem Titel Eine abgekürzte Therapie. Mit Sicherheit haben Sie schon einmal gehört, dass der menschliche Organismus Mineralstoffe zum Leben benötigt. Auf der einen Seite braucht der Körper große Mengen an Mineralstoffen als Baumaterial für das Wachstum. Die für das Wachstum erforderlichen Mineralstoffverbindungen sind in der Nahrung und in diversen Nahrungsergänzungsmitteln enthalten. Zusätzlich benötigt der Körper aber auch kleinste Mineralstoffmoleküle, um verschiedene physiologische Vorgänge im Körper ablaufen lassen zu können. Diese Funktionsmittel sind sozusagen die feinstofflichen Werkzeuge in unserem Körper. Schüßler-Salzetabletten enthalten hochverdünnte Mineralstoffe, die Steuerungsfunktionen in den Zellen übernehmen können. Beispiel Damit das Knochengerüst in der Kindheit und Jugendzeit aufgebaut werden kann, sind große Mengen Calcium und andere Mineralstoffe erforderlich. Calcium wird aber nicht nur grobstofflich, sondern auch in hochverdünnter Form benötigt. Feines Calcium steuert die Blutgerinnung und die Funktion der Muskulatur. Treten bei einem Menschen starke Muskelverspannungen auf, so entspannt sich die Muskulatur binnen Minuten wieder, wenn hochverdünntes Calciumphosphorikum als äußerlich als Cremgel verwendet wird. Dr. Schüßler schrieb in der abgekürzten Therapie, Die oben genannten Stoffe, Mineralstoffverbindungen, sind die Baumaterialien und die Funktionsmittel der Gewebe. Baumaterial sind sie durch ihre Masse, Funktionsmittel durch ihre Qualität. Falls Sie der Meinung sind, dass diese Informationen spannend klingen und Sie weitere Informationen erhalten möchten, abonnieren Sie jetzt diesen Kanal. Dr. Schüßler wurde seinerzeit von verschiedenen Autoren maßgeblich beeinflusst. Das Ziel Dr. Schüßlers war es, die Homöopathie zu vereinfachen, was ihm in den 1870er Jahren gelang. Vor allem die Erkenntnisse des Zellularpathologen Rudolf Virchow und des niederländischen Arztes Jakob Moleschott waren die Basis für die damals revolutionäre schüßlersche Heilweise. Rudolf Virchow beschäftigte sich intensiv mit den Erkrankungen des Körpers. Er wusste bereits, dass BI einer Erkrankung die Zellen krankhaft verändert sind. Jakob Moleschott beschäftigte sich intensiv mit den Zellen selber. Er wusste, dass krankhaft veränderten Zellen anorganische Salze fehlen. Die große Leistung Dr. Schüßlers bestand darin, das eigene Wissen mit den Erkenntnissen der beiden vorgenannten Autoren zu verknüpfen. Die Überlegung Dr. Schüßlers war folgende. Krankheit hat mit krankhaft veränderten Zellen zu tun. Krankhaft veränderten Zellen fehlen anorganische Salze. Dann müsste sich eine Krankheit beheben lassen, wenn die Zellen mit anorganischen Salzen versorgt werden würde. Als homeopathischer Arzt besaß Dr. Schüßler das notwendige Wissen, um Mineralstoffverbindungen derart qualitativ hochwertig aufzubereiten, dass die Zellen diese hochverdünnten Mineralstoffe leicht aufnehmen können. Die Vermutung war anfangs, dass die hauchfein aufbereiteten Mineralstoffe das Defizit in den Zellen decken könnten. Diesen Überlegungen folgte die praktische Erprobung. Und das Erstaunliche war, dass es funktionierte. Der Schlüssel für die Herstellung wirksamer Mineralsalze ist die Verdünnung. Bei einem Eisenmangel hilft es nicht, ein wenig Eisenspäne zu essen. Das Eisen muss hauchfein verdünnt werden. Zum einen, damit das Eisen aufnahmefähig wird und zum anderen, um Schaden zu verhüten. Es gibt Mineralstoffverbindungen, die in zu hohen Dosen Vergiftungsreaktionen auslösen können. Falls Ihnen diese Informationen gefallen und Sie dieses Video liken, wären wir Ihnen sehr dankbar. In unserer modernen Leistungsgesellschaft scheint es nur die beiden Zustände Gesundheit oder Krankheit zu geben. Dabei wird gerne ausgeblendet, dass es auch Zustände dazwischen gibt. Wir fühlen uns nicht wohl oder es treten Funktionsstörungen auf, die die Betroffenen oft nicht beachten. Schwere Krankheiten kommen meist nicht aus heiterem Himmel auf uns zu, sondern es gibt in der Regel eine Vorgeschichte. Die Übergänge von Gesundheit über Funktionsstörungen bis hin zu ernsten Erkrankungen sind fließend. Für alle physiologischen Funktionen im Körper werden Mineralstoffe benötigt. Stehen diese Mineralstoffe nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung, wird das Leben enger. Die Haut ist trocken oder fettig. Es bildet sich Hornhaut an den Füßen. Oder es kommt zu Verfärbungen auf der Haut und zu Juckreiz. Die Haare sind ebenfalls ein guter Indikator für den Zustand der verschiedenen Mineralstoffspeicher. Haare werden brüchig, dünn oder sind fettig, wenn Mineralstoffe im Körper fehlen. Oder es kommt zu Haarausfall. Die Nägel sind biegsam, splittern oder weisen Rillen auf. Auch das viel zitierte Nervengerüst kann unter einem Mineralstoffmangel leiden. Die Nerven können angegriffen, gereizt oder angespannt sein, je nachdem, was dem Körper fehlt. Vielleicht haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, warum schwangere Frauen Gelüste auf bestimmte Lebensmittel bekommen. Das liegt am Verlust an Mineralstoffen während der Schwangerschaft. Gelüste auf Salziges ist der Hinweis, dass den Körperzellen das feinstoffliche Natriumchloratum fehlt. Der erhöhte Bedarf an deftigen Speisen kann Calciumphosphoricum zugeordnet werden. Dunkle Schokolade ist Magnesiumphosphoricum. Die Nussschokolade ist der Wegweiser auf Kaliumphosphoricum. Werden gerne Milchschokolade und Süßigkeiten konsumiert, ist Natriumphosphoricum an der Reihe. Mineralstoffdefizite können sich auch auf den Schlaf auswirken. Hierbei muss man die Einschlafschwierigkeiten und die Durchschlafschwierigkeiten unterscheiden. Die entsprechenden Schüßlerrezepturen erhalten Sie in den nächsten Videos. Wir kennen derzeit ca. 200 Funktionsstörungen, die wir direkt bestimmten Mineralstoffen zuordnen können, z.B. Lufthunger, Energiemangel, Konzentrationsstörungen, Sehschwäche, Gelenkbeschwerden, Akne, Verdauungsbeschwerden usw. Falls Funktionsstörungen im oder am Körper auftreten, gibt es die Möglichkeit, dringend benötigte Stoffe von außen zuzuführen. Möglicherweise denken Sie gerade an die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. In vielen Fällen bringt das die erhoffte Wirkung. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln alleine nicht den gewünschten Erfolg bringt, da die feinstofflichen ergänzenden Komponenten fehlen. Die Erfahrung lehrt uns, dass die Kombination aus Nahrungsergänzungsmitteln und Schüsselersalzen in vielen Fällen bessere Erfolge nach sich zieht. Schaut man sich die Schüsselersalze an, so haben sich zwei Verdünnungsstufen in der Praxis immer wieder bewährt. Das ist zum einen die D6 und zum anderen die D12. Die Hauptmineralstoffe von 1 bis 12 sind fast alle in einer D6 verdünnt, mit drei Ausnahmen. Die Erweiterungsmittel von Nr. 13 bis Nr. 27 sind generell in einer D12 verdünnt. Adler Pharma stellt die neuen Erweiterungsmittel von Nr. 28 bis Nr. 33 her. Zum Abschluss dieses Videos noch einige wichtige Informationen zu den Schüsselersalzen. Schüsselersalze können nicht überdosiert werden. Tagesmengen von 50 bis 80 Tabletten sind in der Therapie keine Seltenheit. In hochakuten Fällen können Mengen von 100 oder 200 Tabletten täglich notwendig sein. Sie müssen aber keine Angst haben, dass sie von den Schüsselertabletten süchtig werden. Bei der Schüsselerschen Heilweise geht es ausschließlich um die intrazelluläre Mineralstoffversorgung und das Auffüllen der Speicher. Merke, der Bedarf bestimmt die Menge. Babys und Kleinkinder können die gleichen Mineralstoffdefizite aufweisen wie Erwachsene und Senioren. Schüsselersalze werden vor allem zur Krankheitsvorsorge eingesetzt. Vielleicht hatten sie in der Vergangenheit eine Erkrankung und möchten erreichen, dass dies nicht wieder passiert. Mit Schüsselersalzen können sie die Widerstandskraft des Körpers stärken. Die zweite Domäne ist die Gesundheitspflege. Sie sind gesund. Sie fühlen sich wohl. Und sie möchten erreichen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Nehmen sie Schüsselersalze in einer kleinen Menge ein, z.B. 10 bis 50 Tabletten täglich, und erhalten sie ihre Gesundheit aktiv. Es gibt einige Schüsselersalze, die hervorragende Anti-Aging-Wirkung haben. Wenn sie der Faltenbildung entgegenwirken möchten, dann nehmen sie die Schüsselersalze Nr. 9. Natriumphosphoricum D6 und Nr. 11 Silicea D12 Mit Nr. 1 Calciumfluoratum D12 und Nr. 8 Natriumchloratum D6 unterstützen sie ihre Haut und sorgen für die Befeuchtung selbiger. Selbstverständlich können sie Schüsselersalze begleitend zur ärztlichen oder zahnärztlichen Therapie einnehmen. Je nach Erkrankung gibt es viele bewährte Mischungen, die den Körper dabei unterstützen, die Krankheit loszuwerden, falls keine gravierenden Heilungshindernisse bestehen. Schreiben Sie jetzt im Kommentarbereich, welche Erfahrungen Sie mit Schüsselersalzen gemacht haben. Teilen Sie dieses Video in den sozialen Medien, wenn Sie der Meinung sind, dass diese Informationen wertvoll sind und auch anderen Menschen zur Verfügung gestellt werden sollten. Vielen Dank! Vielen Dank!